Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg. München, Berlin, aber ist ja gewurscht, Lockdown und diesmal Video-Blog rund um die Themen Dating, Beziehungen, Liebe und auch, hatte ich mir überlegt, zunehmend mal würde ich gerne nochmal übergeordnete Themen, spirituelle Themen ein bisschen mit reinnehmen. Ich freue mich auch, wenn ihr sagt, was ihr damit anfangen könnt. Ich mache auch wahrscheinlich so ein kleines Spiri hinten mit rein, wenn das gar nicht interessiert. Und der kann ja die anderen Videos gucken, die werde ich natürlich auch weitermachen. Für mich hängen diese Themen aber einfach so eng zusammen, da wollte ich heute auch mal ein bisschen mehr drüber reden. Wird vielleicht auch ein bisschen verändernd, Veränderungen geben, musst ja immer mal so etwas Neues machen. Aber klar, ihr könnt mir weiter eure Fragen schicken zu euren Dating-Situationen. Da freue ich mich total drüber, können wir ja ein paar neue gebrauchen. Meine Kurse findest du auf liebeschip.de. Es lohnt sich gerade besonders, auch mal meinen Newsletter zu abonnieren, kann ich nur mal so sagen. Und genau, wenn du dich für die Themen, die wir heute besprechen, interessierst, guck doch mal in meine Spiri-Kurse, Spiritualität und das Geistleben oder die Manifestations-Challenge. Ist aber, ja, ist halt was anders. Ja, und ich wollte auch noch sagen, bevor ich es vergesse, morgen gibt es ein Live-Kanal-Special, 22.222 Abonnenten, morgen, Freitag, 20. November um 20 Uhr. Ja, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr Feedback habt zu meinem neuen Video-Room hier. Ja, ich musste mich da noch ein bisschen umorganisieren, räumlich. Und, ja, ich werde jetzt viel von hier. Ich gucke hier gerade auch schon eine schöne Pferdewiese und finde es gerade richtig geil. Freue mich jetzt hier, das erste Video. Und, ähm, morgen gibt es ja auch das Kanal-Special. Ja, Thema heute ist, ähm, ja, stehen wir vor einer Zeitenwende. Ähm, ja, schon lange darüber nachgedacht, wie ich das mal so bespreche. Offensichtlich sind das ja gerade echt schwierige Zeiten, äh, in denen wir sind. Ich persönlich fand sie auch schon länger irgendwie ein bisschen schwierig, also auch schon vor diesen offensichtlichen Sachen, äh, die gerade sind, dass man so merkt, boah, das ist wirklich so viel Anspannung in der Luft. Aber auch, ähm, also wenn ich so ganz tief in mich reinfühle, ähm, ja, spüre ich nicht nur, also man spürt, finde ich, für so dieses Angst-Kollektiv gerade. Übrigens haben ja auch nicht nur, also Leute haben ja vor allem Möglichen Angst gerade. Und, ja, die einen haben Angst vor der Krankheit, die anderen haben Angst vor, ähm, kontrolliert werden, die anderen haben Angst vor, äh, finanziellen Sachen. Also, ich habe das Gefühl, dass, ähm, in jedem Grad so die eigenen Themen, die man hat, angepusht werden. Und vor allen Dingen, wenn man, glaube ich, sich viele Sachen noch nicht angeguckt hat in seinem Leben, ich glaube, dann kriegt man es gerade so richtig heftig, ähm, aufs Butterbrot gepackt. Und warum, also, ich denke, ja, ich weiß natürlich auch nicht, warum, aber was ich so wahrnehme ist, da wollte ich heute auch mal ein bisschen drüber reden, dass schon die, wird ja auch viel gesagt so, im, fehlt kein besseres Wort dafür, im spirituellen Bereich, dass die Energie auf der Erde sich eigentlich gerade so kontinuierlich erhöht. Also, ich glaube, das ist auch schon ein Prozess, der lange geht, oder wie auch immer man das jetzt in Worte fasst. Fast, ähm, also ich sehe da, also mich hat das eigentlich schon losgegangen, Ende der 80er mit, äh, muss ich heute Morgen dran denken, hier, Wins of Change, Scorpions, Wiedervereinigung, ähm, das, Veränderungen in, äh, Osteuropa und die ganzen Sachen. Da hatte man ja schon das Gefühl, ey, wow, was geht denn hier eigentlich gerade ab, so. Ähm, und dann, ja gut, über die 2000er-Grenze, die hat ja auch viele, ähm, da hat man ja, hat Angst gehabt, da kommt jetzt nochmal irgendwas, aber, ja, 2012 war ja auch nochmal, ähm, wichtiges Datum, ähm, wo auch nochmal, denke ich, einiges passiert ist, ähm, und, ähm, und, ja, jetzt hat man das Gefühl, es kommt gerade nochmal so richtig, ähm, und, ähm, also ich stelle, also ich erlebe das so, dass, je höher eigentlich diese, ähm, ja, Energie schwingt hier, ich finde, man kann es auch spüren, wenn man rausgeht und, boah, was sind das, ich will ja auch gleich nach draußen gucken, was sind das für Lichter gerade, echt so. Aber gut, äh, ich höre, die Energie schwingt, umso mehr, ähm, ja, wird offenbar, was man vielleicht in einem selber noch angucken darf, also ohne jetzt irgendwas, dass man was falsch gemacht hätte, einfach so, weil es eben noch nicht angeguckt ist, also ich persönlich, also viele gucken ja immer so nach draußen, was wird da jetzt gerade alles offenbar, oder was weiß man nicht, ja, weiß ich natürlich auch nicht, weiß keiner, glaube ich, ähm, aber ich finde es eigentlich viel spannender zu gucken, was wird denn eher innen offenbar, ne, was, was offenbart sich da, was man, ähm, ja, was man noch angucken kann und was man auch, glaube ich, nicht mehr so vor sich her schieben kann, wie das früher vielleicht ging, so, ne, also es sitzt einem so richtig im Nacken gerade und, äh, ja, ist ja auch der ganze Beziehungsbereich, wo wir es immer wieder besprechen, ähm, sag ich immer wieder, ich glaube, die Zeit von diesen niederschwingenden Beziehungen, die geht irgendwann zu Ende, diese ganze toxische Scheiße, auf deutsch gesagt mal, egal, welche Rolle man da hatte, das einfach, ja, es ist irgendwie out, also ich finde, man spürt, dass es irgendwie out ist und irgendwie was anderes dran ist, so, ne, ne, nämlich Beziehungen, wirklich liebevolle Beziehungen, weil in toxischen Beziehungen gibt's ja nicht so viel Liebe, ne, ähm, beziehungsweise der eine liebt vielleicht den anderen, dafür hat er ein Thema mit Selbstliebe und, ähm, ja, und so weiter, aber, ähm, ist ja nicht so ein Ort, wo wirklich Liebe herrscht und vor allen Dingen, was wir, das ist ja auch so ein Irrtum, was wir immer denken, nur im Beziehungsbereich könnte man echte Liebe, äh, finden, ja, die gibt's überall, ne, also unsere ganze Welt ist gestrickt eigentlich aus Liebe, nur wir, ja, weil wir halt so tief hier in dieser Materie sind, was auch völlig in Ordnung ist, ist auch eine spannende Erfahrung sicherlich, ähm, ja, können wir es halt, haben wir Schwierigkeiten, das so wahrzunehmen, aber ich merke, dass es total am Shiften ist gerade, äh, und ich habe ja eigentlich naturwissenschaftlichen Hintergrund, na klar, Psychologie studiert, ähm, Physik ein paar Semester studiert, ich wollte eigentlich mal Physiker werden erst, und, aber ich hatte da jetzt auch vorm Jahr mal, naja, was weiß ich, das ist ja ungefähr ein Jahr, ist das ja so ein, so ein Erlebnis, wo ich dachte, ey, boah, was war das denn jetzt, also ich dachte, da hätte ich jetzt mitgerechnet, wenn ich, äh, wirklich ein Jahr lang irgendwie im buddhistischen Kloster meditiert hätte, oder so, ähm, also, das, da habe ich so gedacht, hm, okay, vielleicht, ähm, äh, gibt es da doch noch andere Energieniveaus, äh, und das hat mich echt so richtig aus den Socken gehauen, habe ich auch, äh, noch nie drüber, habe ich auch, ja, noch nicht viel drüber geredet, ich werde da auch nicht viel drüber reden, aber, äh, da musste ich richtig verarbeiten, und hatte dann in den Folgen danach, Tagen danach hat das noch so weitergewirkt, und da hatte ich so richtig, ähm, so krasse Bilder im Kopf, ähm, ähm, wie soll man das nennen, ich will jetzt nicht sagen Visionen, das hört sich auch wieder so spooky an, aber so, so Bilder im Kopf von so einer, ja, von so einer ganz anderen Erde wirkt auf mich wie so eine zukünftige Erde, also wie so ein Potenzial, nicht, dass ich, ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, kann niemand, äh, aber wie so ein Potenzial, wie eine Erde sein könnte, und das war ziemlich geil, und das hat mich echt total, äh, beschäftigt, und da habe ich ganz viel gelesen, und klar, das ist dann wieder so ein bisschen im Hintergrund verschwunden, aber, ja, vielleicht, äh, ich glaube, es geht vielleicht vielen so, vielleicht, äh, geht das von euch auch einigen so, dass man, äh, also gerade auch in dieser ganzen, dieser ganzen Drucksituation das Gefühl hat, ja, da gibt es vielleicht Sachen, ähm, wo man das Gefühl hat, man wacht so ein bisschen auf zu vielleicht einer Realität von, ja, wir sind vielleicht nicht nur hier diese Menschen, die halt ein paar Jahre leben, und sterben sie, ähm, sondern, äh, ja, dass wir vielleicht doch einfach, äh, ja, keine Ahnung, hohe Lichter sind in einem menschlichen Körper und halt eine zeitlich begrenzte menschliche Erfahrung hier machen, und, ähm, ja, und dass da einfach mehr ist und auch mehr kommen darf, und wir vielleicht doch, äh, viel besseren Zeiten entgegensehen, vielleicht noch nicht nächstes Monat, nicht nächstes Jahr, ich weiß es nicht, äh, aber ich glaube, dass das Gute näher ist, als wir denken so, also bin ich mir sehr sicher, und mit gut meine ich jetzt ganz bewusst nicht irgendeine weitere Dualität von dir haben Recht oder jener haben Recht, sondern dass wir vielleicht, hoffe ich drauf, bin ich eigentlich auch überzeugt von, als Menschen wirklich wieder mehr zusammenrücken, insbesondere wenn, äh, ja, diese Kontaktbeschränkungen irgendwann weg sind, wenn wir diesen Verzicht hier hinter uns haben, den wir gerade haben, ich glaube, da wird man Beziehungen, äh, und menschliches Bersammensein ganz anders schätzen, als wir es vorher getan haben, so, und, äh, das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut anfühlen, und überhaupt, ja, ähm, werden wir vielleicht mehr wieder merken, dass wir, ja, alle aus einem Guss sind hier letztlich, auch wenn manche sich benehmen wie die Axt im Walde, oder was weiß ich, sind wir letztlich, ähm, kommen wir, ähm, ja, sind wir, halt alle Menschen die gleiche Energie, so, ne, äh, in ganz anderer Ausprägung, in einem ganz anderen Punkt, wo man gerade so steht, ähm, aber gut, das heißt jetzt auch nicht, also, um jetzt mal wieder den Bogen zu kriegen, zu, was ich sonst hier so bespreche, dass man, ähm, da sitzt und lässt Dinge über sich ergehen, die man nicht über sich ergehen lassen sollte, äh, wie gesagt, also das, ich meine, ich hatte jetzt auch nicht so ein leichtes Jahr, aber ich habe auch so gemerkt, dass das einfach super wichtig ist, also egal, wie man irgendwelchen höheren Energien vielleicht mal einen Tag lang schwingt, oder auch nicht, also, ja, wir dürfen, müssen hier unser, äh, ich bleibe jetzt nur auf dieser Beziehungsebene, so, unser Gesicht in den Wind halten, wenn Sachen einfach schief laufen, oder man scheiße behandelt wird, äh, da ist es auch, ähm, also, hatte ich auch mal so ein Sprichwort gelesen gestern, also, irgendwie ein, ähm, meditativer oder spiritueller Mensch, oder was auch immer, das heißt nicht, dass man Scheiße über sich ergehen lässt, so irgendwie, ne, oder sich Scheiße behandeln lässt, überhaupt nicht, ne, das ist, glaube ich, was man früher auch teilweise anders gesehen hat, ne, so, muss ich jetzt alles, vielleicht auch, äh, hier dann in der Bibel, reicht die eine Wange hin, reicht die andere Wange hin, ja, auf eine Art, äh, denke ich auch, wir sollten nicht zurückkämpfen, aber das heißt nicht, dass wir nicht sagen können, ne, also, hier ist es aber mal eine Grenze, so, ne, ist so, äh, das ist, glaube ich, auch total wichtig. Ja, und ich glaube, ähm, wir haben ja gerade tierisch viel Ablenkung im Außen, klar, ich gucke da einfach viel zu viel immer Nachrichten und so, ich auch, äh, das ist auch schon mal besser im Griff, aber, ähm, was ich euch einladen möchte, ist wirklich mehr nach innen zu gehen, weil, ähm, also, jetzt auch mal, habe ich bei diesem, dieser Sache letztes Jahr gemerkt, dass das einfach viel mehr möglich ist, also, wo man vielleicht früher wirklich vielleicht monatelang, jahrelang meditieren musste, ist mehr möglich, einfach, weil die Basis, auf der man anfing mit sowas, schon eine ganz andere ist und, ähm, ich habe das früher auch von Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, als Klient, die haben auch mal gesagt, äh, gesagt, ja, gehen wir nach innen, gehen wir nach innen und dachte mir, oh Gott, innen, innen, was soll denn, ja, aber innen, innen ist wirklich, da ist eine riesige, verdammte Welt innen, die man entdecken kann, wenn man, äh, ja, wenn man reinhorcht, rein spürt und auf seine Art, also, ich sitze hier auch nicht im Lotus, jetzt meditiere, ich habe meine eigene Art gefunden, äh, wenn ich nachts wach liege oder so, ähm, und, ja, aber ich würde euch gerne animieren, wirklich guckt nach, nach innen, fokussiert euch nach innen, ähm, fokussiert euch aufs Herz, ähm, wie auch immer und, äh, ja, schaut mal, was da für eine Welt vielleicht auch gerade sich meldet oder, ja, hinter diesem ganzen Chaos, ähm, ja, keine Ahnung, kommt mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Flaschen halt, wo wir jetzt durchmüssen, wo aber, ähm, ja, ich mir gut vorstellen kann, dass da was Positives hinterherkommt und, äh, vielleicht müssen bestimmte Dinge auch einfach mal auf den Tisch, um, weil wir Menschen sind ja sehr bequem, wissen wir ja alle, äh, vielleicht müssen bestimmte Sachen auch einfach mal auf den Tisch, um sie dann angucken zu können, zum Beispiel, was in der Schule läuft, was auf der Arbeit läuft, was läuft in Beziehungen und, äh, das ist ja überall, gibt's diese Themen gerade und, äh, ja, vielleicht werden wir so gerade aus unserem Gleichgewicht geschubst, was natürlich auch nicht schön ist teilweise, ne, muss man auch ganz klar sagen, aber, ich will das jetzt auch nicht schön reden, also, überhaupt nicht, ähm, aber wenn man jetzt mal guckt, was hat das vielleicht auch, was geht da mit einem her, mit dem nicht so schön, ähm, ist es vielleicht auch ein, ja, dass Sachen mal auf den Prüfstand kommen und sie vielleicht in Zukunft anders gemacht werden, ne, also, könnte ich mir zumindest gut vorstellen, aber es liegt in unserer Hand, es nimmt uns keiner ab, es wird uns keiner retten hier, also wir müssen das schon selber machen und, äh, können wir auch, denke ich mal, ja, und ich glaube, das ist wirklich eine gute Zeit, wenn wir sowieso so zu Hause sitzen, ähm, hab ja auch, äh, das packe ich ja auch nochmal drunter, weil das auf meiner normalen Website, glaube ich, gerade gar nicht zugänglich ist, äh, die, Liebe Chip Plus, da kommt ja jede Woche eine Meditation raus, vielleicht ist das auch eine Sache, die dir hilft, ähm, mal, ja, diese stille Zeit zu nutzen, es kommt ja auch noch, äh, stille Weihnachtszeit, wieder unter Umständen auch noch stiller, als man denkt, immer noch, keine Snowboard, bisschen auf, ich dreh durch, na, egal, ähm, ach so, das ist irgendwie so mein Tattoo jetzt hier, ne, das neue, so sieht das jetzt aus, aber ist gerade eingecremt, na, ja, sieht so ein bisschen, egal, ähm, kommt vom Thema ab, ähm, ja, sowieso vielleicht eine noch stillere Zeit, als wir gedacht hätten, wo man wirklich die Chance nutzen kann, wenn man schon viel zu Hause sitzt, nach innen zu gehen, äh, und den Frieden im Inneren zu finden, weil das ist, glaube ich, was wir, äh, mehr als alles andere brauchen, gerade den Frieden, äh, in unserem Inneren, das wollte ich auch, das ist auch Thema der Meditation diese Woche, da, liebe Schiff Plus, wird das sein, und das ist verdammt schwer, also das ist, äh, also ich habe da auch mal zu kämpfen, und, ja, aber es ist vielleicht auch wie in toxischen Beziehungen, jeder, jeder Battle macht einen stärker, irgendwie, also Battle im Sinne von, ähm, soll ich mal sagen, die eigenen inneren Dämonen erlösen, sich selber mehr in die Selbstliebe finden, äh, ich denke, jede von diesen Sachen macht einen stärker, ne, also auch, wenn du jetzt, kommen wir mal wieder zu Beziehungsbereichen, in den toxischen Beziehungen hockst, ähm, also jede Sache, die du abgefrühstückt kriegst, wo du siehst, okay, tut mir nicht gut, möchte nicht mehr so behandeln, jede von diesen Sachen macht dich stärker, macht dich, nicht nur Trennungskompetenter, macht dich insgesamt kompetenter, ne. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ich will mir das jetzt mal selber nochmal an, und wir werden uns bald wiedersehen, spätestens morgen hoffentlich zum, äh, Kanal-Special, und, äh, morgen zum Live, und, genau, am, äh, Freitag um 20 Uhr. Wir werden uns bald wiedersehen. Wir werden uns bald wiedersehen.